Die Schuchter Ehle AG ist ein Architekturbüro mit neun Angestellten. Das Team besteht hauptsächlich aus Architekten, Hochbauzeichnern und Bauleitern. Zu den Dienstleistungen gehören die Entwicklung, Planung und Realisation von Neubauten, Um- und Anbauten sowie Gebäudeerneuerungen. Besondere Merkmale wie individuelle und anspruchsvolle Architektur, Kosten- und Termintreue sowie nachhaltige und energieeffiziente Lösungen unterstreichen die Qualität des Architekturbüros.